Erste-Hilfe-Sets sind diese eine Sache im Rucksack, die irgendwie fast immer umsonst dabei ist und trotzdem kommt sie jedes Mal aufs Neue mit auf die Tour. Doch was sollte alles im Erste-Hilfe-Set dabei sein? Wie schwer kann und sollte es sein? Und worauf kann man auch verzichten? Darum geht es heute im Bergstagen-Grund-Langkurs Nummer 6, das Erste-Hilfe-Set. Erstmals zum allgemeinen Teil. Erste-Hilfe-Sets sollten immer dabei sein, wenn man am Berg unterwegs ist. Immer. Wirklich immer. Außer beim Trail-Running, weil da muss ich ja ultra leicht sein. Nein, immer. Auch beim Trail-Running. Der Grund dafür ist klar, denn die Erste-Hilfe-Sets können bei kleinen Wehwehchen, wie einem Riss in der Haut, von einem Stahlseil oder einem spitzen Stein bis zum Druckverband bei einer stark blutenden Wunde immer hilfreich sein. Deshalb sollten sie auch immer dabei sein. Wieso betone ich das so oft? Ja, weil sie eben erfahrungsgemäß leider nicht immer dabei sind. Vor allem betroffen sind von dieser Vorstellung leider Trail-Runner. Denn, so wie auch ich, wollen manche Leute ihre üblichen Laufrunden eben auf Wanderwege umlegen, um etwas Abwechslung und eine schöne Kulisse zu haben. Und das ist auch gut so, aber man kann die Laufausrüstung eben nicht einfach so übernehmen, sondern sollte sie entsprechend anpassen. Da das viele aber vergessen, sieht man eben viele Trail-Runner ohne Erste-Hilfe-Set. Habe ich ja beim Laufen auch nicht dabei, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Woraus sollte ein Erste-Hilfe-Set also bestehen? Das kommt ganz darauf an, was man vorhat und mit wem man es vorhat. Denn wenn man ein Erste-Hilfe-Set für zwei Personen haben möchte, muss man manche Dinge doppelt einpacken, manche wie zum Beispiel eine Schere, aber logischerweise nicht. So, aber es gibt eine Basics-Ausstattung, die wir euch definitiv hier empfehlen wollen. Wir machen das jetzt aber ein bisschen anders, denn ihr wollt ja diese Dinge nicht einfach nur mithaben, um sie dabei gehabt zu haben, sondern ihr wollt ja auch wissen, wofür ich sowas tatsächlich brauchen kann. Deswegen starten wir mit den Verletzungen und überlegen dann, was wir dafür brauchen können. Und so ergibt sich dann das perfekte Erste-Hilfe-Set. Wobei am Schluss noch ein paar Ergänzungen dazukommen. Starten wir mit Wunden. Der Klassiker. Mit dem Unterarm am Stallseil hängen geblieben, ausgerutscht und die Hand am Fels aufgeschnitten, im Geröllfeld gestürzt und die Haut über dem Schienbein aufgerissen. Man kennt es, man hasst es. Doch was für ein Material brauchen wir in diesem Fall? Wir brauchen zumindest eine Wundkompresse und eine Mullbinde. Im Idealfall eine, Achtung Fremdwort, kohäsive Fixierbinde. Also ein Verband, der auf sich selbst haften bleibt. Mit den zwei Teilen kommt man schon sehr weit. Aber man muss sich ja auch noch weiter bewegen. Und da wäre es schlecht, wenn das alles verrutschen könnte. Daher kommt noch ein Tape, sowas wie Leukoplast, zum Einsatz, um die Wundkompresse und die Mullbinde entsprechend festzukleben. Wer ganz klug ist, klebt das Leukoplast nicht in die Wunde. Nur so nebenbei als Tipp. Das heißt, wir schreiben jetzt schon mal auf die Liste eine Wundkompresse, eine Mullbinde und ein klebendes Tape. Ja, Wahnsinn. Schon drei Sachen auf der Einkaufsliste. Wie geht's weiter? Naja, angenommen ihr geratet in Bergnot, jemand hat sich den Knöchel gebrochen, es ist exponiert und noch ziemlich weit bis ins Tal. Handyempfang, Fehlanzeige. Was jetzt? Am besten ist es hier, eine Signalpfeife zu haben. Informiert euch vorher unbedingt, welche Signale ihr korrekt können müsst, um eure Nachricht auch zu überbringen. Aber diese Dinger sind meistens aus Plastik, federleicht und relativ klein. Doch bis Hilfe im Gebirge naht, dauert das immer eine ganze Weile. Sonst wäre es ja nicht das Gebirge, sondern die Fußgängerzone. In dieser Zeit kann es dazu kommen, dass einem ganz schön kalt wird. Kann man alles gesunder schlecht nachvollziehen, wenn man sich aber mal nicht mehr bewegen kann, dann ist im Gebirge selbst im Sommer unter Kühlung ein echtes Problem. Denn selbst wenn das kuschelige 23 Grad hat fürs Sport machen, reicht das allemal. Für das eine oder zwei Stunden sitzen und warten, ohne sich zu bewegen, reicht das aber eben nicht. Deshalb sollte eine ordentliche Isolation her, die vor allem Wind, der die gefühlte Temperatur nochmal deutlich beeinflussen kann, entsprechend abhält. Dafür gibt es sogenannte Rettungsdecken. Diese sollte man aber pro Person nicht nur einmal dabei haben, sondern am besten zweimal. Denn diese Dinger sind richtig dünn und zerreißen gerne mal. Oder bei Sturm fliegen sie auch gerne mal weg. So oder so helfen sie nix, deswegen sollte definitiv immer eine Reservedecke eingeplant werden. Übrigens, das ist auch bei Wundkompressen und Mullbinden der Fall. Eine sterile Wundkompresse liegt schneller im Dreck, als einem Lieb ist. Und dann ist die Tetanusinfektion auch nicht mehr weit. Deswegen lieber mehr einpacken. Außerdem kann man an einem schlechten Tag schon mal mehrere Verletzungen haben. Oder die Blutung ist so stark, dass die erste Wundkompresse schnell mal aufgeweicht ist, dann muss ebenfalls Nachschub her. Deswegen erweitern wir unser Erste-Hilfe-Set gleich mal um drei Wundkompressen, eine Mullbinde, unsere zwei Rettungsdecken und die Signalpfeife. Insgesamt stehen wir also jetzt bei vier Wundkompressen, zwei Mullbinden, einem Tape, zwei Rettungsdecken und einer Signalpfeife. Kurze Zwischenmeldung. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über ein Abo am Kanal. Ihr unterstützt uns damit und künftig können wir damit auch mehr Menschen mit unseren Inhalten helfen. Dankeschön. Was ist denn mit den Kleinigkeiten? Ihr wisst schon, einmal am Baum angegriffen wird zum Hochziehen und zack, da steckt der Splitter auch schon drinnen. Doppelt ärgerlich, denn jetzt ist was im Finger, was da nicht hingehört und wenn man es rausholt, kommt dann auch noch das Loch im Finger dazu. Das blutet vielleicht auch noch. Was brauchen wir da? Einmal eine Pinzette. Egal wie groß, Hauptsache vorne spitz zulaufend. Die sind die besten, da man damit auch wirklich kleine Objekte aus den Hautschichten ziehen kann. Außerdem brauchen wir noch Pflaster, um danach eine mögliche Wunde vor Dreck und Co. zu schützen. Pflaster am besten in allen Formen, Größen und von mir aus auch Farben dabei haben, damit jede Körperstelle abgedeckt werden kann. Riesige Pflaster am kleinen Finger halten genauso schlecht wie ein punktuelles Pflaster auf einer größeren Wunde. Zwischenstand? Es kommen jetzt zu unserer Liste noch eine Pinzette und fünf Pflaster in verschiedenen Größen dazu. Ein kleines Detail wird bei der Wundversorgung in den Bergen immer vergessen. Und zwar, dass wir nach einem Sturz oder ähnlichem meist ziemlich dreckig sind. Wenn wir nun was in der Wunde stecken haben oder vielleicht auch mal jemand anderen verarzten möchten, dann sollten wir das ausschließlich mit Handschuhen machen. Latex-Handschuhe dürfen also auch nicht fehlen, vor allem in Anbetracht der Möglichkeit, jemand anderem mal helfen zu wollen. Kommt also auch auf die Liste. So, das sieht jetzt schon mal nach einem ziemlich soliden und brauchbaren Erste-Hilfe-Set aus. Aber was ist eigentlich, wenn ich mir den Arm breche, die Schulter auskugle oder vielleicht jemand eine Kopfverletzung hat? Da kann ich mit dem ganzen Krempel überhaupt nichts anfangen. Deshalb kommt mir jetzt noch ein mir persönlich heiliger Fetzen-Stoff ins Spiel. Aber nicht irgendeiner, sondern ein Dreieckstuch. Mit diesem Ding kann man nämlich die spannendsten Verbände und zumindest Notlösungen basteln. Und könnte mit ein wenig zusätzlichem Werkzeug sogar ganze Gliedmaßen abbinden. Cooles und extrem unterschätztes Teil sollte deshalb ebenfalls nicht fehlen. Was übrigens auch unterschätzt wird am Berg, ist eine kleine Verbandsschere. Wieso vor allem am Berg? Naja, unsere Basic-Ausrüstung ist nicht ideal an unsere Problemstellen angepasst. Aber eine Tour muss wegen einer kleinen Wunde ja nicht gleich vorbei sein. Beziehungsweise müssen wir ja ohnehin noch irgendwie wieder ins Tal. Da kann überschüssiges Material schon ganz schön nervig werden. Verbandsmaterial lässt sich aber nur extrem schlecht zerreißen. Also zumindest kontrolliert zerreißen. Und deshalb sollte eine kleine Verbandsschere ebenfalls noch dabei sein. Das schont die Nerven in der Stresssituation ungemein. Damit ist die Basis an Gegenständen in unserem Erste-Hilfe-Set erstmals komplett. Vier Wundkompressen, zwei Mollbinden, ein Tape, zwei Rettungsdecken, eine Signalpfeife, eine Pinzette, fünf Pflaster, einmal Latex-Handschuhe, ein Dreieckstuch und eine Verbandsschere. Jetzt glaubt ihr natürlich, dass das Erste-Hilfe-Set mit dieser Liste komplett ist und wir jetzt einfach fertig sind. Aber nein, noch nicht ganz. Denn das sind ja nur die Basics. Das sind immer die Dinge, die immer, 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 immer dabei sein sollten. Jetzt sollten wir uns aber noch kurz mit der Erweiterung von Erste-Hilfe-Sets beschäftigen. Wer gerne mit mehreren Personen unterwegs ist, sollte sich ohnehin schon vorher sehr gut absprechen, wer was dabei hat. Jeder, ein Erste-Hilfe-Set für jeweils zehn Personen ist etwas zu viel des Guten. Doch wenn nur einer ein Set für eine Person dabei hat, wird es schon ziemlich blöd. Deswegen sollte man sich vorher absprechen und dementsprechend aufrüsten. Jetzt kommt noch dazu, dass verschiedene Touren vielleicht unterschiedliche Verletzungen mit sich bringen können. Bei einer Mehrseillänge durch eine 1000 Meter hohe Wand, in der ich den ganzen Tag im Fels oder vielleicht auch mal im Dreck herumgreife, können das ruhig schon mal ein paar Pflaster und eine Tape-Rolle mehr sein. Wenn man Tracking über viele Tage hinweg unternimmt, dann darf es vor allen Dingen von Wundkompressen und Mullbinden mehr sein. Übrigens, wer oft weit wandern geht, möchte vielleicht lieber in die teureren, kohäsiven Fixierbinden investieren. Wenn man nämlich nichts Tragisches hat, sind die im Halt etwas besser und die halten auch gut von selbst unter einer Jacke oder einer Hose für die restliche Tour. Außerdem kann man sich noch überlegen, was außer dem Basic-Material noch praktisch sein könnte. Bei mir ist zum Beispiel immer noch ein Set zum Nähen, Desinfektionsmittel und ein kleines Skalpell dabei. Aber unbedingt beachten, weder Nähzeug noch Skalpell sollten auch nur berührt werden, wenn man nicht ganz genau weiß, was man tut. Das ist bei mir immer dann dabei, wenn ich wirklich lange unterwegs bin und auch nicht so ganz weiß, was auf mich zukommt. Also Tracking in schlecht erschlossenen Regionen, in Nepal oder so. Abgesehen davon kann man sich auch noch Gedanken über Medikamente machen. Das ist bei mir egal, ob Himalaya oder Alpen, sowieso immer ein Pflichtpunkt. Starke Schmerzmittel im Bereich 500 bis 800 Milligramm und Koffeintabletten gehören zu meiner Standard-Medikamentenausrüstung. Wieso? Im schlimmsten Fall der Fälle bin ich selbst meine einzige Hoffnung. Mit starken Schmerzmitteln kann ich es womöglich noch schaffen, mich selbst in eine bessere Position oder vielleicht sogar ganz in Sicherheit zu bringen. Die Verletzungen und Probleme liegen zwar immer noch vor, aber das Schmerzempfinden beeinflusst maßgeblich, wie handlungsfähig man in einer Situation noch ist. Außerdem gehört zu meinen Medikamenten der Wahl auch noch eine Koffeintablette. Hier liegt der Grund natürlich nahe. Wenn bei einer kalten Nacht bivakiert werden muss, um auf Rettung oder zumindest Hilfe am nächsten Tag zu warten, kann das Einschlafen eine verlockende Todesursache sein. Die Körpertemperatur sinkt und man stirbt, ohne es selbst zu merken. Wach bleiben ist die oberste Devise in solchen Fällen und das geht bei zunehmender Erschöpfung nur mit entsprechenden Mitteln. Zusätzlich dazu ist bei uns noch, je nach Länge der Tour, auch Arzneistoffe wie Domperidon oder Loperamid gegen Übelkeit unterbrechen bzw. gegen Durchfall dabei. Doch Achtung! Medikamente sollten nie einfach so beschaffen und genommen werden. Vorher sollte man alle medikamentösen Hilfen, selbst wenn sie nur Versicherungen und Backups sind, mit dem Hausarzt abgeklärt werden. Denn wer Herzleiden hat, kann sich bei Koffeintabletten genauso umbringen wie jemand, der gegen gewisse Wirkstoffe in Schmerzmitteln allergisch ist. Das sind nur Beispiele für mögliche Ergänzungen und Erweiterungen des Erste-Hilfe-Sets, die sich eben in unserem Fall als praktisch erwiesen haben. Je nachdem, was man vorhat, können diese Sets auch noch um Malaria-Medikamente, Spritzen, EpiPens und Co. erweitert werden. Das Wichtigste ist jedoch immer noch. Das Erste-Hilfe-Set hilft rein gar nichts, wenn es auf der Tour nicht mitgenommen wird. Ist euch euer Set also zu schwer oder passt nicht in den Rucksack, solltet ihr lieber den Rucksack anpassen als das Set. Unnötiges Zeug kann aber ebenso zu Hause bleiben, denn in der Stresssituation können viele unbrauchbare Dinge wie Medikamente die Sache unübersichtlich machen. Hoffentlich habt ihr jetzt einen detaillierten Einblick in das Erste-Hilfe-Set. Ich würde euch, wenn ihr noch keines habt, wirklich empfehlen, euch eines zuzulegen und wenn ihr schon eines habt, mal zu schauen, ob die Basisausstattung denn wirklich dabei ist und ob ihr sie nicht vielleicht doch noch um die ein oder andere Sache erweitern wollt. Manche von euch haben sicher noch ganz viele andere spannende Sachen im Erste-Hilfe-Set. Würde uns deswegen sehr interessieren, was in eurem Set noch so wichtig ist, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Übrigens, man kann sich tatsächlich sein Erste-Hilfe-Set auch komplett selber basteln. Wer also sagt, okay, ich möchte bei Deuter oder Ottovox nicht so viel Geld dafür bezahlen, man kann sich alle einzelnen Komponenten einfach bei Amazon oder so bestellen. Da könnt ihr dann vielleicht einen wasserdichten Packsack oder so nehmen und dann das ganze Zeug reinstopfen, wenn euch das lieber ist. Manchmal ist es sogar deutlich billiger. Wir möchten euch wie immer bitten, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut, uns zu unterstützen, indem ihr den YouTube-Kanal unter diesem Video abonniert und dem Video einen Daumen hoch gebt. Das hilft uns sehr, viele Menschen mit unseren Kursen zu erreichen. Wie immer wünschen wir euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und tolle und vor allen Dingen sichere und unfällfreie Touren. Bergheil!